T-Shirt Kannst du mal probieren, wenn es gar nicht geht an T-Shirt? Ja, ja, ja. Gibt es mal, was geht? Brauchst du mal, ja, ist gut. Ähm, was sonst? Brauchst du T-Shirt? Ähm, geht das mit dem blauen? Oder soll ich mir so ein blaues umschmeißen? Ja, dann würde ich auch T-Shirt. Die T-Shirt gibt es für euch zurück. Die brauchen wir zurück. Krass. Die Hose nicht, oder die? Nee, die gibt es. Die Hose, oder die? Juhu! Ich hoffe, das ist zwar richtig groß. Ja, das sieht gut aus. Super, dann vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Du, ja, das auch. Das ist das Einzige, was wir haben. Genau, hier beim Stand Up Paddling. Mein Kollege hat nur zugeguckt, der Patrick. Und ich werde mich jetzt einfach mal ins kühle Nass bewegen. Und gucken, ob ich irgendwie draufstehen sein kann. Ich werde mich immer wieder durchstehen. Was ist dein Glück? Und bitte. Herr really? Kim? Ich habe gleich auch malа. Ich hab gew gesehen. Muft? Muss glauben? Wir haben drei Wochen an der Restkünfte von Dorf in Körsland überlegt. Und das ist die Rückgang zu dem Rad. Ich weiß, dass wir in den Höhen hinter sich dann nicht mehr brauchen. Wir haben eine Ausrüstung, die wir in der Röntel brauchen. Auch in der Freie von Kierrutsch. Und dann haben wir noch den Hochschul. Und dann haben wir noch einen 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 Hochschul. Wuh! Der war gut, der war gut! So wird also mit einem umgegangen hier. Also man passt mal rum in den Pool. Das ist ja der Zug. Ja, das war doch nicht gewählt. Das kann nicht fallen. Das wird gut, gut, gut. Ich bin vor, ich bin hier noch. 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 Und dann war ich dann so, ich bin hier noch. Ah! Das war nicht so, ich bin hier noch. Das war nicht so. Ich bin hier noch mal. Das war nicht so. Das war für uns auch eine sehr wichtige Erfahrung als Vorbereitung für die eigentliche Reise, weil es dann ganz schnell klar wurde, dass so ein Gleitfahrzeug eigentlich auch die Idee von dem Ganzen nimmt. Na ja, immerhin. Das macht ja ordentlich Spaß. Das ist auch gar nicht so schwer, wie ich hier ehrlich gesagt gedacht habe. Man kommt gut wieder drauf, wenn es einmal runterhaut. Und dann auch hier, genau. Ab und zu wird es ein bisschen eng, aber auch damit kommen wir gut zurecht. Und sowas, wie ich jetzt gerade kurz probiert habe, Handstände oder so, ich glaube, dass sowas auch noch eine richtig interessante Geschichte sein kann. Muss man einfach ein bisschen was ausprobieren, ein bisschen Akrobatik mit einbaut. Feine Sache. Mir hat es richtig richtig Spaß gemacht. Würde ich empfehlen. Auf jeden Fall nochmal herkommen. ... ... ... ... ... ... ... Ja, jetzt noch mal, dass du das Auto holst, du musst noch mal auf den Orsten mit. Dann darfst du hier auch gut mal holen, die sich dann helfen können. Aber dann einen alten Raum. Aber dann sagt's auch immer, dass du jetzt hier die sehr sehr wahrscheinlich hast. Ist doch mal der schöne Plan, für den Fahrrad? Wenn ja, wo, wie soll's da gehen? Da, vielleicht kann man das nicht noch mal. Da, wo, 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 wo? Und schon kann man sie mitnehmen.